Ja, damit natürlich die Frage an Sie. Sie haben da selber Erfahrung mit Bürokratie. Sie haben ja auch einen Malereibetrieb. Sie sind Kommunalpolitiker. Da gibt es ja wirklich sehr viel Bürokratie. Ist die wirklich so stark geworden? Hat die sich echt so vermehrt? Die Bürokratie ist ein großes Thema in der Wirtschaft, wie auch beim Staat, bei den Kommunen. Aber ich denke, man muss da schon nochmal genau bewerten, was man jetzt hier anfängt. Ich habe selbst einen Handwerksbetrieb. Sie haben es angesprochen. Ich glaube, wenn ich hier an die großen Ausschreibungsverfahren denke, beispielsweise solche dicken Stapel an Formblättern, die man ausfüllen muss für oftmals einen Auftrag mit wenigen hundert Euro oder wenigen tausend Euro, dann gilt es hier wirklich auch was abzuschaffen. Der Ministerpräsident hat hier insbesondere die Planungsbehörden ins Visier genommen, die Genehmigungsverfahren. Ich stimme hier vielem zu, wenn ich an die Auftragsvergaben denke, das ich gerade angesprochen habe, oder auch an die Baugenehmigungen. Ich denke, die müssen schneller erledigt werden. Da hat ein Bauherr einen Anspruch drauf. Teilweise dauert das über Monate und das kann nicht sein. Was jetzt allerdings natürlich ein Vorschlag war, hier in das Planungsoheit der Kommunen einzugreifen, dem können wir so nicht mitstimmen und mitfolgen. Denn die Kommunen haben hier die Hoheit. Und wir haben es gerade in dem Beitrag gesehen, wenn ich an die Schottergärten denke oder ähnlichen, ich glaube, hier sollte man sich unbedingt nochmal mit den Kommunen an einen Tisch setzen und gemeinsam die Vorschläge erarbeiten. Also Sie meinen, da wird zu stark in die Planung eingegriffen, oder? Da bin ich der Meinung, das ist richtig. Ich glaube, die Staatsregierung hätte genügend im eigenen Feld sozusagen zu tun. Und deshalb ist es jetzt unbedingt wichtig, dass man hier die Kommunen wieder zurückholt an den Tisch und dass wir gemeinsam mit den Kommunen hier beraten. Wir werden aber ja auch die Enquete-Kommission jetzt einsetzen, der Bayerische Landtag. Auch da ist die SPD mit dabei. Was ist das genau? Vielleicht eine Erklärung für unsere Zuschauer? Ja, hier soll jetzt gemeinsam über die Fraktionen hinweg nach Lösungen gesucht werden. Wo kann man Bürokratie abbauen? Und sie erreichen auch jeden Tag Vorschläge aus den verschiedensten Verbänden. Was haben Sie als Bayerische SPD da für konkrete Vorschläge? Also wir wollen im Bereich, was die Baugenehmigungen angeht, wir haben in den Großstädten wie hier in München Wohnungsnot. Wir brauchen dringend Wohnungen und da müssen einfach auch die Baugenehmigungen schneller erteilt werden. Das Ziel ist es ja insgesamt mehr zu bauen und schneller zu bauen, billiger zu bauen. Sie haben es gerade schon gesagt. Aber was könnte man da noch verbessern? Also aus Ihrer Sicht jetzt? Also wichtig war jetzt, dass die Bundesregierung die Gebäudeklassen nochmal neu ins Visier nimmt. Wir haben hier die Gebäudeklasse E. Das heißt, einfacheres Bauen, hier auch auf Vorschläge der Architekten mit zu reagieren. Einfacher Bauen heißt auch oftmals günstiger. Wir haben derzeit hohe Bauzinsen. Die Baukonjunktur insgesamt ist ein bisschen angeschlagen und deshalb wäre es wichtig, um einfach jetzt auch in den Wohnungsbau zu kommen, in den sozialen Wohnungsbau, der sehr wichtig wäre für uns. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema, was Sie wahrscheinlich persönlich auch sehr betrifft, weil Sie haben fünf Kinder, auch im schulpflichtigen Alter zum Teil. Es geht jetzt um die Schulpolitik in Bayern. Es sind ja nun gerade Ferien bei uns und da haben wir aber am Ende des Schuljahres, also noch kurz vor den Ferienspieß mal umgedreht und die Schüler gefragt, welche Noten würde eure Schule denn bekommen?